I'm a G, but you know this All day Mann ey, dieses blöde Husten Servus Leute und heute mal ein Live-Kommentary Ich werde die VMP jetzt ein bisschen hochspielen Äh, Facecam ist irgendwie kaputt gegangen, ich weiß nicht wieso Außerdem ist es viel zu Aaaaaah Das ist die VMP ohne Aufsätze einfach nur absolute Katastrophe Meiner Ansicht nach Eine Runde Nuketown ist angesagt Und ja, mal gucken wie die Lümmel sich hier bewegen Aber aktuell sehe ich nur einen Ähm, ich habe mit der VMP absolut kein Aim Das muss man leider dazu sagen Ich fühle mich irgendwie wie ein Gelähmter, wenn ich mit der VMP spiele Ich weiß nicht wieso das so ist, aber ich so Ähm, wo sind die? Schlingels Aaaaaah Ne, 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 ne Ne, ne, ich habe Angst, 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 Angst Angst, Angst, Angst Aaaaaah, hallo Ich grüße euch Oh, jetzt ist er hinter mir, der Sprechtachs Hallo Grüß dich Ähm, das ist meine erste Runde, sagen immer viele Nein, es ist aber meine zweite Runde Also ich habe schon mal ein bisschen in der ersten Runde vereimt Hat sich jetzt hier nicht so viel geändert Äh, wo ist er? Aaaaaah Okay, keine Keine Muni mehr Das ist jetzt wirklich, äh, doof, will ich meinen Äh, ups Noch 85 für den Noch 85 für die Hellstorm Komm, 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 komm Einen muss ich treppen Ohne muss ich vorher schleppen Komm Ne, natürlich nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Herbert Lauf, oder vor KN, komm Jungs, einmal die KN ausgepackt Oh mein Gott, hinter mir Hallo, Freund Zack Den haben wir Oh mein Gott, sind hier viele Was ist hier los? Haben die sich gedacht Die Frechdachse Wir kommen alle mal hier aus dem Loch gekrochen Während der Paul jetzt da Und hier rumrennt Komm, Talon Jetzt hau mal ein bisschen rein Auf Auf Die Eumel gibt es jetzt hier Ähm Jo Wir stecken mal hinten den Spawner Ach Gott Ich habe aber auch keinen Eben Da ist aber gerade Sind aber ein paar Kügelchen Gerade irgendwo hingeflogen Ohne dass ich Ja komm Herbert, gehst du raus? Danke Ähm Die Frechdachse da hinten Können wir mal gucken Ob die da rüber kommen Ne Nur noch einer Der Schlingel ist hier hinten Hallo, Herbert Was hast du denn hier? Ah, ne Vespa Okay, damit Damit passiert gar nichts Aber diese Waffen Kombination ist hier schon Äh, absolute Katastrophe Die pushen ja eh gleich Oder auch nicht Äh, jo Hallo Jo, nochmal ein Dröhnchen raushauen Wir sind ja sogar schon Auf einer 15er Das ist ja jetzt Gar nicht so wenig Würde ich mal meinen, ne Das ist ja jetzt Der Spawn fliegt gerade Wieder eine Runde Hallo 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 Haben wir den auf jeden Fall mal Und äh Nö Ja, natürlich Keine Munition mehr Aber das hätte ich Natürlich auch merken können Das war jetzt Ein bisschen ärgerlich Relativ hoch gestorben Würde ich mal meinen Ja, natürlich Spawn genau Dann drei wieder Dann wenn man Dann gerade mal Hallo Hallo Grüße sie Den Frechdachs holen wir uns nochmal ganz fresh von hinten Und da ist bestimmt Hier noch einer hinten Also ich weiß nicht genau Warum ich jetzt mit der VMP gerade ein bisschen Besser klarkomme Aber Wie haben wir dort denn Überlebt jetzt gerade Ist doch gerade Ist doch nicht wahr So Vision Pulse mal rausgehauen Okay Der oben Der gammelt Ja, das war jetzt Aber auch mit Ansage 25-2 Das ist ja gar nicht So unansehnlich Ähm Die sind jetzt hier noch Ne, beide Beide platt gemacht worden Von unserem Teammate Kann man sich jetzt Nicht beschweren Okay Der ist Vesperspieler Den challengen wir mal nicht Der gibt uns Nur noch auf die Ohren Okay Die sind alle hier oben Am rumschimmeln Hallo Nummer 1 Okay Das ist unser Freund Oh Da ist Nummer 2 Ah Den haben wir aber auch Schön Zeitung gegeben Ja Da kann man ja nicht anders sagen Ja okay Der andere benutzt die Heatwave Für uns Ähm Jo Den Frechdachs hier drin Den Schlingel Den holen wir uns mal schnell Und Äh Jo Hallo Sagen wir mal Hallo Okay Den Spawn pushen wir jetzt nicht Oder doch Okay Wo schießt er denn hin Er schießt irgendwo hin Aber nicht auf uns Kann uns nur recht sein So Der eine rennt jetzt Bestimmt hier lang Und das war der letzte Kill Ja Das war ein glattes 109 Kannst du nicht woanders nämlich sein Nein nicht vor 4 109 Wahrscheinlich Paul 100 zu 49 Ja Wenn euch diese Gespannte Runde doch gefallen hat Die 10k haben wir noch nicht erreicht Würde mich aber freuen Wenn wir die irgendwann mal erreichen Lasst auf jeden Fall einen Daumen da Einen Daumen Also jetzt nicht Wirklich da lassen Aber so nach oben Wenn es euch gefallen hat Würde mich auf jeden Fall freuen Da kann ich gerne mehr live aufnehmen Und dementsprechend Macht's gut Haut da rein Bis zum nächsten Mal Und ciao Ayo Drop that shit Musik'n Bis zum nächsten Mal.